Ja, hallo und willkommen hier zur dritten Folge Supremacy 1914 in unserem YouTube-Turnier. Ja, die Folge gestern, die ist mir leider kaputt gegangen. Das war so ein mittelgroßer Fail meinerseits. War ein bisschen ungünstig gelaufen, beziehungsweise ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Schauen wir uns einfach mal an, wie das jetzt so ein bisschen läuft. Ich denke, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ja, wir sind jetzt hier in Südafrika und sehen, beim Team Aquila ist hier so ein bisschen die Kacke am Dampfen. Belgisch-Kongo hier nochmal ordentlich vorgerückt, hat jetzt hier einiges an Gebieten eingenommen. Ist hier mit einem Panzerwagen durchgerückt und ist jetzt sogar dabei, so ein bisschen Richtung Rhodesien hier zu laufen. Bin ich sehr gespannt. Ich werde sehen, wie die ganze Geschichte jetzt hier läuft. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Aquila an sich steht erstmal noch stabil da. Wenn wir uns das Koalitions-Ranking jetzt hier mal anschauen, sehen wir das Team Aquila. Wie heißen die denn überhaupt? Heißen Team Aquila. Okay, das Team Aquila hier doch deutlich abgerutscht ist. Nicht mehr unter den Top 12 ist. Die sind jetzt nur noch eins. Ne, warte mal, wir gehen mal auf die Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ähm, das ist ein deutlicher Verlust, muss man wirklich so sagen. Die Provinzen hier, der Verlust der Provinzen, der wiegt schwer. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickeln wird. Ich hoffe sehr, dass wir hier zumindest noch in irgendeiner Form das ganze Ruder rumgerissen kriegen, dass wir hier noch irgendwie weiterkommen. Aber, wir wollen natürlich auf die ganze Karte gucken und deswegen gucken wir jetzt nächstes Mal hier nach Amerika, was hier so los ist. Ähm, wir sehen hier eine doch zwei recht starke Koalition mittlerweile, beziehungsweise drei recht starke Koalition. Einmal hier das Team rund um die Ostküste, dann das Team Norden und dann das Team Mittelamerika, die hier sich in Nordamerika doch ein kleines Battle beginnen zu liefern. Wir sehen auch hier jetzt die ersten Truppen reinrennen. Wir sehen jetzt hier auch den Gegenangriff. Also, ich bin sehr gespannt, wer sich jetzt hier durchsetzt. Ähm, das wird natürlich noch eine ganz, ganz heiße Phase sein. Ansonsten, ähm, sehen wir im Süden, äh, weiterhin die eine Koalition, die sich jetzt hier durchgesetzt hat. Bin sehr gespannt, ob die ja die KIs noch einnimmt. Ich würde es mitunter wahrscheinlich sogar machen. Äh, huch, da wurde ich angepingt, das, äh, ja. Ähm, gut. Und dann schauen wir mal, äh, wie die ganze Geschichte hier weitergeht. Ähm, wir gucken mal nochmal nach Asien. Und da muss ich sagen, hier ist noch relativ wenig los. Äh, wir haben jetzt hier eine Republik aus China, die jetzt hier in chinesisch Tibet einfällt gerade. Die auch sehr erfolgreich ist, die hier die ersten Provinzen noch einnehmen wird. Die auch weiter nach, äh, ins chinesische Empire reinrennt. Da bin ich, äh, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ansonsten, weiterhin hier britisch Burma und der Siam bereit, theoretisch hier in britisch Bengal einzufallen. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte so entwickelt. Ja, ansonsten, äh, gibt es hier noch nicht so viel zu sagen. Die Manscherei hier sehr erfolgreich mit dem koreanischen Reich. Also die, äh, Koalition hier rund um Russisch-Sibirien ist hier gerade dabei, mehr oder minder zu, unterzugehen. Tut mir natürlich an dieser Stelle sehr leid. Ich hoffe sehr, dass sich das Ganze, ähm, ja, dann beim nächsten Mal natürlich für das Team besser läuft. Also es wird definitiv dann noch weitere Events geben. Ja, und damit sind wir schon bei der zweiten Karte angekommen. Ähm, hier muss man sagen, finde ich das Ganze noch recht, ähm, ausgeglichen. Hier tut sich nicht so viel, muss ich sagen. Ähm, finde ich auch ganz spannend. Wir haben hier noch ein sehr großes britisch Matras, die größere Koalition hier in Südostasien. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge gesagt habe oder ob es da vor war. Also in der Folge quasi, die ich nicht aufnehmen konnte oder in der davor. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Ähm, ist hier auf jeden Fall eine coole Situation. Wir haben dadurch hier jetzt eine Koalition, die natürlich sehr, sehr groß geworden ist. Wenn wir mal auf die Provinzen schauen, sehen wir, dass das hier die zweitgrößte Koalition ist. Mit insgesamt 65 Provinzen. Bin ich sehr gespannt, wie die Geschichte so weitergeht. Ähm, vor allen Dingen sind das auch zwei Koalitionen, mit denen ja in Südamerika hier wirklich einen großen Abstand haben zu Platz 3. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt, wie sich die ganze Geschichte hier lösen wird. Ähm, wir beobachten das Ganze einfach mal. So, ansonsten, äh, muss ich sagen, hier auf der Karte hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Wir haben ein etwas gewachsenes Belgisch-Kongo. Wir haben ein Südafrika, was auch wie überall den gleichen Kampf führt. Ähm, wir haben ein Nordamerika, was hier noch deutlich zerklüfteter ist. Also, wir haben hier immer noch die KIs übrig. Wir haben hier auch im Norden noch keine wirklichen Kämpfe. Wir haben jetzt hier Befin, der einfach mal schaut, wie sich die ganze Geschichte hier oben so, ähm, aussieht. Und wir haben vor allen Dingen ein Kanada, was hier einen Versuch, glaube ich, starten wird, in Befin zu landen. Das könnte auf jeden Fall noch eine interessante Geschichte sein. Da bin ich sehr gespannt, wie sich die ganze Geschichte hier entwickelt. Ansonsten, Alaska hier dabei, erstmal seine Truppen aufzuteilen, Speer rauszuschicken. Ja, gut, das kann man natürlich machen. Ähm, aber sonst haben wir hier relativ tote Hose momentan. Und jeder passt einfach nur auf seine Grenzen auf. Keiner hat hier irgendwie vor, weiter vorzurücken. Ja, und damit würde ich einfach sagen, gehen wir direkt in die Karte 3. So, und da sind wir auch direkt auf der dritten Karte. Der Karte, auf der Skilla und Epsi vertreten sind. Ähm, ich würde sagen, wir schauen einfach direkt mal rein und sehen hier unten, Skilla doch sehr erfolgreich gewesen. Ist jetzt hier stark am Vorrücken. Ähm, gemeinsam mit seiner Koalition, äh, Quatsch, Namibia und Rhodesien. Die haben jetzt hier Portugiesisch-Mosambique komplett verdrängt. Auch Madagaskar ist jetzt hier dabei, sich zurückzuziehen. Und Deutsch-Tansania hat jetzt hier natürlich schwere Probleme. Und das könnte jetzt hier ordentlich Bewegung reinbringen. Weil rein theoretisch könnten die jetzt bis hier oben durchwaschen. Und könnten hier, ähm, den kompletten Süden von Afrika theoretisch übernehmen. Ähm, bin ich sehr gespannt, ob sie das Momentum jetzt nutzen können. Und das halt, ähm, weitertragen können. Oder ob ihr Fortschritt jetzt hier in irgendeiner Form zum Stehen kommt. Ansonsten, die Geschichte hier in, ähm, Südamerika hat leider nicht geklappt. Haus ist jetzt hier erstmal wieder am Abziehen. Macht jetzt hier so einen kleinen Bogen nach unten. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie sich die Geschichte, ähm, fortsetzt. Man könnte natürlich auch hier im Norden landen. Da ist natürlich der Punkt, dass er ja momentan nicht sieht, was da ist. Ähm, ja, müssen wir einfach mal gucken. Äh, ist natürlich von der Republik Piratini auch sehr, äh, großes Risiko hier wirklich alles komplett blank zu ziehen. Aber ich muss sagen, ich würde höchstwahrscheinlich auch nicht davon ausgehen, dass hier eine Nation einmal quer rüberkommt. Ähm, ich würde höchstwahrscheinlich das gleiche Risiko auch eingehen. Und würde das im Zweifel je genauso handhaben. Ja, ansonsten sehen wir hier, ähm, das gleiche Bild wie in der letzten Folge. Beziehungsweise für euch, äh, für mich letzte Folge. Für euch wahrscheinlich noch nicht. Ähm, wir sehen ein Kasachstan, was hier sehr erfolgreich ist. Die bereiten sich jetzt weiterhin Richtung Osten aus. Ähm, Kuban auch hier eher im Stellungskrieg verwurzelt. Hat jetzt auch schon einige Festungen gebaut. Ähm, und wir sehen hier noch ein deutlich zerklifteteres, ähm, Südostasien als auf den anderen Karten. Hier scheint sich momentan zumindest noch keine Koalition so wirklich durchsetzen zu können. Auch wenn wir hier im Norden bereits eine Koalition haben. Team 5, ähm, japanisches Empire, die Mannscherei, koreanisches Empire und Hongjiang, die sich hier doch so ein bisschen durchsetzen. Und die hier dann doch so ein bisschen ihren Fokus bekommen. Durchaus möglich, dass es hier dann zu einer, ja, zu einer Koalition gibt, die dann hier das Ganze dominieren wird. Gucken wir mal auf die Koalitionsgröße. Da sehen wir immer noch hier auf Platz 3 wirklich eine sehr enge Geschichte. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Ähm, wir sehen Team 17 mit, äh, dem anglo-ägyptischen Sudan, der fast ausgeschieden ist. Wir sehen auch Team 6, was relativ klein geworden ist. Epsi noch mit drei Teammitgliedern dabei. Hat dadurch auf jeden Fall noch eine Chance, in die Top 13 zu kommen. Bin ich sehr gespannt, würde mich natürlich sehr freuen, wenn es der ein oder andere YouTuber noch, äh, da irgendwie schafft, äh, in die nächste Runde zu kommen. Das ist ja irgendwo Sinn und Zweck, das Ganze dann halt auch auf YouTube zu bringen. Ähm, ansonsten haben die YouTuber ja immer noch einen kleinen Freifahrtschein, sodass es vier von ihnen im Zweifel auch ins, äh, Finale schaffen würden, ohne sich richtig qualifiziert zu haben. Ähm, aber da, bis dahin sind wir zum Glück noch ein bisschen, äh, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, und damit würde ich sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.